Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zum Spitzengespräch. Mein heutiger Gast war zwei Jahre lang Sprecherin der grünen Jugend. Inzwischen ist sie stellvertretende Parteivorsitzende der Grünen und sie kandidiert aktuell für den nächsten Deutschen Bundestag und hat laut Landesliste auch gute Chancen, Teil dieses Bundestags zu sein. Ich freue mich sehr auf Ricarda Lang. Schön, dass Sie da sind. Wie geht es Ihnen nach einem Ausflug nach Budapest, wo Sie jetzt am Wochenende demonstriert haben gegen die Einschränkung der Rechte von Schwulen und Lesben durch das Orban-Regime? Mir geht es tatsächlich sehr gut, weil es ein ziemlich ermutiges Zeichen war, dort zu sein. Die Orban-Regierung plant gerade neben unglaublich einschränkenden Gesetzen für Schwule, Lesben und Transpersonen, die komplett aus der Öffentlichkeit verdrängt werden sollen, über dieses Gesetz auch noch ein Referendum zu machen, also ein Referendum darüber, ob es eigentlich grundlegendste Menschenrechte geben sollte und nutzt das, um wirklich untragbare Hasskampagnen gegen queere Personen zu fahren. Und was ich aber so schön fand dort, es waren 30.000 Personen auf der Straße, es waren ein paar ganz kleine Gegendemonstrationen von Homo-Hassern und Rechten und zu sehen, dass eben Orban nicht gleich Ungarn ist, sondern dass es dort eine resiliente Zivilgesellschaft gibt, dass es dort eine unglaublich starke Community gibt und dass wir für die einstehen müssen, gerade als Europäerinnen. War wahrscheinlich auch ein ganz angenehmer Ausflug von der deutschen Innenpolitik und dem Wahlkampf, der für die Grünen bisher bestenfalls suboptimal läuft. Und deshalb jetzt die Frage an Sie als bekennender Baerbock-Fan, dass Annalena Baerbock auch aus dem Buch von Robert Habeck jetzt auch noch wortgleich abgekupfert hat, Formulierung übernommen hat. Haben Sie da als Baerbock-Fan zumindest gedacht, was ist denn da los? Naja, ich glaube, dass man als Kollegin eng zusammenarbeitet und dass man gerade auch, wenn man in einem Bundesvorstand gemeinsam in den letzten vier Jahren an Konzepten gefeilt hat, an Ideen gefeilt hat, an Visionen gearbeitet hat, dort mal auch voneinander lernen, sich miteinander austauscht. Ich glaube, das ist jetzt wirklich kein großes Problem. Sieht auch Robert Habeck so. Glauben Sie das wirklich? Ja. Warum? Naja, weil das ja normale Prozesse ist, das Miteinanderarbeiten. Aber sollte man nicht als Kanzlerkandidatin geschickter sein bei der Übernahme von Formulierungen, auch von Gedanken, die erkennbar von jemand anderem stammen? Das auf jeden Fall. Also da gab es Fehler, das ist keine Frage. Ich glaube, es ist normal, dass man im Politischen, ich kenne das auch von mir selbst, man hört irgendwo bei einem Gespräch, in einer Diskussionsrunde, schnappt man was auf, danach liest man einen Text, bindelt das für sich zusammen, hält da eine Rede und denkt, das war der eigene Gedanke. Und trotzdem muss man klar auch gut bei den Zitieren zahlen, da gab es Fehler. Die hat auch Annalena Baerbock selbst eingestanden und auch schon gesagt, dass sie da nochmal nachlegen wird, was die Quellen am Angaben angeht. Das ist für mich das, was ich erwarte von der Kandidatin. Ich glaube, mittlerweile denkt jeder bei den Grünen, hätte sie dieses verflixte Wahlkampfbuch doch am besten gar nicht erst in Angriff genommen. Aber wenn sie sich darin eben auch in größerer Form bei Robert Habeck bedient, könnte man da nicht sagen, es wäre klüger gewesen, von ihrer Partei gleich das Original als Kanzlerkandidat zu nehmen, nämlich Robert Habeck? Nein, wir haben das Original Annalena Baerbock und wir haben das Original-Team mit den Reisen. Sie waren auch richtig für Sie, ja? Ich war für Sie, ja. Das war auch meine Stellung. Aber ich glaube, es war immer für uns klar, dass wir im Team antreten, aber ich glaube, jetzt nach hinten zu schauen hätte, das bringt auch nicht viel im Wahlkampf. Wir haben eine Teamausstellung und jetzt ist die Frage, wie gehen wir der voraus? Wie schaffen wir es jetzt? Verlorenes Vertrauen, das gibt es ja durchaus, das würde ich auch komplett dazu geben. Aber nur für die Geschichtsschreibung, es ist ja schon interessant, warum waren Sie, sagen wir, im Februar, im März so dezidiert dafür, dass es Annalena Baerbock wird? So dezidiert ist ganz lustig. Wir haben, glaube ich, öffentliche Äußerungen von mir gesehen, die ich gar nicht so geäußert habe. Ich fand das eine gute Entscheidung, aber es war ja auch klar, dass wir damals die Entscheidung tatsächlich dem Team von den beiden überlassen haben, die für sich gesagt haben, wer kann in der jetzigen Situation gerade diese Führungsrolle übernehmen. Ich fand es eine gute Entscheidung, aus Emanzipationsgründen auch ganz klar, aus einer sehr klaren Haltung, die es in den Klimafragen hat. Ich glaube, eine neue Form von Führung. Aber für mich war auch immer klar, dass die beiden da weiter in ein Team antreten. Und jetzt sieht man, was Annalena Baerbock selbst verschuldet seit ihrer Nominierung alles falsch gemacht hat, ungeschickt gemacht hat, sich zurecht zum Gegenstand von Kritik gemacht hat. Weißt man sich als Vertreterin der Grünen da nicht kräftig in den Hintern und sagt, was für eine Riesenchance wurde seit diesem Zeitpunkt vertan? Für die Partei. Ja, ja, ich weiß, aus meiner Sicht wurde noch keine Chance vertan. Klar, ich glaube, wir alle nerven uns über Fehler, die wir gemacht haben. Das ist komplett klar. Und man ärgert sich auch darüber. Aber die grundgesellschaftliche Auseinandersetzung, womit wir angetreten sind, bereit, weil ihr es seid. Also zu sagen, wir haben gerade eine gesellschaftliche Voraussetzung, wo ganz, ganz viele Menschen weiter sind als die derzeitige Regierungspolitik. Von Pflegerinnen, die über sich hinaus wachsen, über Unternehmen, die klimaneutral wirtschaften wollen, über Generationen übergreifende Solidarität. Und wir brauchen endlich eine Politik, die das auch in strukturelle Maßnahmen umsetzt. Daran hat sich ja noch nichts verändert. Das heißt, die Chancen sind immer noch da. Wir müssen jetzt aber härter arbeiten, um sie auch wirklich nutzbar zu machen. Und da muss man sagen, dass wir in den letzten Monaten einen Wahlkampf gesehen haben, der sich sehr auf Detailfragen, sehr auf Fragen von persönlichen Fehlern, immer wieder auf Diffamierung bezogen hat. Absolut, hätte man vermeiden können. Da haben wir als Grüne aber dazu beigetragen, muss man ehrlich sagen. Das heißt, ich will es gar nicht rummoß, sondern sagen, wir müssen im Wahlkampf mehr über Inhalte reden, sondern es einfach selbst tun. Der erfahrene Kampagnenmanager Frank Staus, gewiss nicht dem rechten Lager zugehörig, sprach gerade erst von der, ich zitiere, unterqualifiziertesten Kandidatin, die je für das wichtigste Amt nominiert wurde. Was kann man da nach den Erfahrungen der vergangenen Wochen ernsthaft entgegenhalten? Das ist all das, warum wir uns für Annalena Baerbock entschieden haben. Wer sie als Person ist, für was eine Führung sie einstellt, die im Team gemeinsam führt, die eine Vision hat und die nicht damit antritt, dass sie die meiste Erfahrung hat. Das stimmt ganz klar. Aber da muss man ja ehrlicherweise auch sagen, etwas schon mal gemacht zu haben, heißt nicht immer, dass man es gut gemacht hat. Aber die eine klare Vision hat und vor allem einen Plan. Und das ist, dieses Industrieland Deutschland klimaneutral umzubauen, der Klimakrise her zu werden, das auf eine sozial gerechte Art und Weise zu machen. Und dafür ist sie qualifiziert. Dass sie jüngst auch wieder in einem Interview das N-Wort komplett ausgesprochen hat als Zitat. Wie kann das einer Frau passieren, über die es immer hieß, sie sei so wahnsinnig professionell, so akribisch vorbereitet? Das scheint ja offenkundig nicht der Fall zu sein. Naja, sowas ist, glaube ich, keine Frage der Vorbereitung, sondern gerade, wenn man im Moment auch der Leidenschaft ist, wenn es zum Beispiel darum geht, wie wir es hinbekommen, sagen, dass Rassismus in unseren Schulen entgegengesetzt wird. Dann spricht man das N-Wort aus. Sollte man es niemals aussprechen, gar keine Frage. Dieses Wort sollte niemand von uns aussprechen, weil es Rassismus reproduziert und weil es Menschen verletzt. Aber die Frage ist ja, wir machen alle Fehler. Ich glaube, wir leben in einem Land mit einer relativ schlechten Fehlerkultur. Die Frage ist dann, wie gehen wir mit diesen Fehlern um? Und dass sich eine Kandidatin hinstellt und sagt, ich will Politik für das ganze Land machen, für alle Menschen, die hier leben und damit auch für schwarze Menschen, auch für Menschen, die von diesem Begriff betroffen sind. Und deshalb versuche ich das nicht unter den Teppich zu kehren, sondern ich stelle mich hin, ich entschuldige mich dafür und ich lerne daraus. Das könnte doch auch was sein, wie wir gesellschaftlichen Herausforderungen gemeinsam begegnen. Ein bisschen weniger, du hast einen Fehler gemacht, raus hier, ein bisschen mehr gemeinsam lernen. Über Hasskampagnen, mit denen Sie viel Erfahrung gemacht haben, reden wir gleich ausführlich, wollen jetzt aber inhaltlich werden, denn mit der Hochwasserkatastrophe ist das Thema Klimaschutz wieder voll auf der Tagesordnung. Wir sehen hier, haben das vorbereitet, mal ein paar Bilder der Zerstörung und Verwüstung aus den verschiedensten Orten der Republik, auch aus Österreich. Dieses Hochwasser hat, glaube ich, viele nochmal die Kraft der Natur vor Augen geführt, auch welche Folgen es haben kann, wenn mit Fragen des Klimawandels so lapidar umgegangen wird. Trotzdem die Frage, ist es angemessen im Wahlkampf zu sagen, da habt ihr ja gesehen, welche Folgen der Klimawandel hat und nun haben nur wir, die Grünen, die richtigen Antworten. Ich glaube, es geht darum zu zeigen, dass es Antworten gibt und vor allem darum, dass wir gerade alle gefragt sind, diese Antworten zu geben. Wir sehen, diese Hochwasserkatastrophen hängen natürlich mit der Klimakrise zusammen, vor allem die Häufigkeit, die wir davon sehen. Und in dem Moment das zu thematisieren, was sind die Ursachen und natürlich auch zu thematisieren, dass wir in den letzten Jahren eine wahnsinnig starke Verantwortungsverweigerung hatten, sowohl beim Klimaschutz als auch bei der Klimaanpassung. Also der Frage, wie sind eigentlich unsere Städte, unsere Häuser, unsere Bevölkerung auf diese Katastrophenfälle vorbereitet? Das ist keine unangenehme Politisierung, finde ich, sondern das ist die Voraussetzung dafür, dass wir in Zukunft weniger diese Katastrophen haben. Das heißt, die Voraussetzung dafür, dass wir Menschen, dass wir Menschenleben schützen. Dabei haben nicht wir Grünen die einzige Antwort. Aber wir haben einen Plan und was ich gerade von anderen Parteien sehe, ist so ein bisschen die Methode Laschet. Also wenn ich mir zum Beispiel das Sommerinterview von Herrn Laschet anschaue, dann ist die Methode, ich stimme erst mal im Ziel zu, Klimaschutz ist wichtig. Dann lehne ich jede konkrete Maßnahme, die von den politischen Mitbewerberinnen vorgebracht wird, ab. Also beim Kohleausstück müssen wir ja nicht so schnell werden und bei dem Solarpflicht auch nicht. Er möchte spätestens bis 2038 aussteigen. Die Grünen wollten in der NRW-Regierung vor Herrn Laschet noch ein paar Jahre später raus. Wir haben uns sehr klar positioniert, sowohl in NRW als auch im Bund und haben klargemacht, wir wollen den Kohleausstieg bis 2030. Weil 2038 nicht reicht, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Damit nicht reicht, um Kipppunkte zu verhindern. Also wo das, was wir jetzt gerade schon sehen, also was ja schon angefangen hat, irreversible Schäden eintreten. Und ich glaube, dass eben diese Methode von im Ziel sind wir einer Meinung, aber bei allen konkreten Maßnahmen wird blockiert und nichts Eigenes vorgetragen. Das kann nicht mehr sein. Das heißt, was wir als Grüne machen, ist nicht zu sagen, wir haben alle Antworten, sondern zu sagen, hier sind unsere Antworten, gebt uns eure und dann streiten wir in diesem Wahlkampf die beste Lösung. Noch ein paar kurze Antworten von Ihnen. Sollten denn die Deutschen insgesamt auch als Beitrag zum Klimaschutz weniger Fleisch essen? Ich glaube, dass natürlich insgesamt die Fleischproduktion und damit auch der Fleischkonsum runtergehen muss, ja. Das ist aber keine individuelle Frage, du musst weniger Fleisch essen. Das war eine Frage, wie produzieren wir? Sollten Sie weniger fliegen? Auch das ist klar, aber da geht es vor allem darum, dass wir die Bahn attraktiver machen und dass wir vor allem auf Kurzstrecken dafür sorgen, dass die Bahn so günstig und so bequem ist, dass Menschen nicht mehr auf das Flutze angewiesen sind. Wir hatten die Zuschauerinnen im Vorfeld aufgerufen, Ihnen auch Fragen zu stellen. Da kam zum Beispiel eine, wie wäre es mit Bahnpreise senken statt Spritpreis hoch? Bahnpreise senken, gar keine Frage. Die Bahn muss für alle die bezahlbare und die günstige Option sein. Was soll ein Ticket von Berlin nach München zum Beispiel aus Ihrer Sicht kosten, künftig? Ich würde mir sowas vorstellen, sagen wir mal, Richtung 40, 50 Euro. Aber das ist jetzt eher ins Blaue reingeraten. Ich bin keine Preisexperte in diesem Bereich. Mit Bahncard die Hälfte. Das heißt, klar, mit der Bahncard kommt darauf an, dass man, glaube ich, auch insgesamt diese Bahncards mehr oder mehr möglich macht. Das ist ja erstmal die Frage. Das kostet jetzt mit Bahncard 50 etwa 70 Euro. Wie wäre das, wenn die Grünen die Preise bestimmen? Die Grünen werden nicht die Preise bestimmen. Das wissen Sie ja auch, dass wir nicht einfach vorgeben können. Die Grünen werden vor allem das Netz so gut ausbauen, dass es überall eine gute und vor allem auch eine schnelle Verbindung gibt. Dann wird man natürlich versuchen, die Preise zu senken. Da wird es vor allem darum gehen, dass gerade auch Familien die mobil sind, dass es für die vereinfacht wird. Das heißt, die Bahn muss da auch massiv in die Bahn investiert werden. Und dann wird man schauen, dass vor allem in den Städten, also der öffentliche Nahverkehr, wir da projekte fördern, dass es tatsächlich kostenlos wird. Weil das sind ja die Bahnstrecken, die die Leute jeden Tag vornehmen. Hätten Sie Lust, mal die rote Box zwischen uns aufzuklappen? Sehr gerne. Ich nehme einfach was raus, oder? Ja, klar. Ich glaube nur auf. Greifen Sie doch mal eher nach den roten Gegenständen zu Beginn. Okay, eine Fliegenklatsche. Eine Fliegenklatsche haben wir hier, Handschuhe, die könnten wir mal... Ich scheine mich mit SPD-Merch ausstatten zu wollen. Hier ist Ihr Handschuh. Ja. Sie haben ja mal gesagt, Sie haben sich nicht wegen Klima- oder Energiethemen politisiert, sondern wegen Themen der sozialen Gerechtigkeit. Sie haben auch eine bewegte Geschichte, haben an Ihrer Mutter, die alleinerziehend war, die hat als Sozialarbeiterin in einem Frauenhaus gearbeitet. Das Frauenhaus wurde dann geschlossen. Ihre Mutter verlor den Job. Und nach dieser Erfahrung eben die Frage, warum sind Sie zu den Grünen gegangen und nicht zu einer sozial klar positionierten Partei wie der SPD? Weil die Grünen für mich eine ganz klar sozial positionierte Partei sind. Weil die Grünen für Menschen wie meine Mutter, die auch in den letzten Jahren der derzeitigen Bundesregierung, in der SPD beteiligt sind, immer wieder hinten runtergefallen sind. Weil wir eben sehen, dass gerade die Arbeit von Frauen in den Pflegeheimen, an den Supermarktkassen, aber zum Beispiel auch in Frauenhäusern wie meine Mutter, dass die nicht gewertschätzt wird und dass die auch immer wieder, wenn konkrete politische Entscheidungen, die übers Klatschen hinausgehen, gefallen werden, hinten runterfallen. Was die Grünen für mich schaffen und was mich auch zu der Partei gezogen hat, war die soziale Frage und Fragen von Emanzipation, also zum Beispiel die Gleichberechtigung der Geschlechter, nicht gegeneinander auszuspielen. So zu tun, als müsste man sich entscheiden, ob man vor allem für den Arbeiter Politik macht, also Mindestlohn, gute Absicherung, Hartz IV überwinden oder Politik für Frauen, für Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Und das hängt ja massiv zusammen und dafür ist meine Mutter das beste Beispiel. Und das heißt, sie zeigen, dass eine Antidiskriminierungspolitik, eine progressive Politik und eine soziale Politik zwei Seiten einer Medaille sind. Dafür stehen für mich die Grünen als Ziel einer vielfältigen, aber auch einer sozialeren Gesellschaft. Habe ich verstanden. Ich darf Ihnen aber sagen, der Handschuh steht Ihnen trotzdem sehr gut. Dankeschön. Das höre ich oft, dass Rot mir sehr gut steht. Dann greifen Sie doch mal nach dem nächsten. Einmal in die Kamera halten. Hier haben wir ein Pippi Langstrumpf Memory. Das wollen wir nicht spielen, aber Pippi Langstrumpf für Sie auch eine wichtige Figur. Das erste Buch, das Ihre Mutter Ihnen vorgelesen hat. Und Sie, haben Sie mal erzählt, liebten diese Geschichten von diesem starken Mädchen. Warum? Weil Sie, glaube ich, an ganz vielen Stellen die Vorstellung davon, was man zeigen kann als Mädchen, wovon man auch träumen kann, für mich gesprengt hat. Selbstbewusst, stark und autonom. Und ich glaube, dass das in der Auseinandersetzung, wenn wir uns auch die letzten Jahrzehnte der Frauenbewegung anschauen, diese Frage der Autonomie, selbst über den eigenen Körper zu bestimmen, selbst darüber zu bestimmen, wie viel ich lebe, wie viel ich verdiene und wie ich leben möchte. Das steckt alles in Pippi Langstrumpf? Ja, wahrscheinlich nicht so explizit, wenn es um die Notsache geht. Aber das Momentum der Autonomie und der Selbstermächtigung auf jeden Fall. Pippis Vater, Eva im Langstrumpf, wurde von der Autorin Astrid Lindgren auch Negerkönig genannt. Entwertet das für einen Fan wie Sie im Nachhinein dieses geliebte Werk? Nein, das setzt eine... Ist in der deutschen Übersetzung mittlerweile korrigiert in Südseekönig. Das setzt eine Auseinandersetzung auf der Höhe der Zeit damit auseinander. Das entwertet ja keinen Wert, dass früher solche Begriffe verwendet wurden. Gleichzeitig sollten wir als Gesellschaft heute weiter sein und solche Begriffe nicht mehr verwenden, weil sie eben für Menschen verletzend sind und weil sie im historischen Kontext des Rassismus stecken. Dass wir diese Debatte führen, das ist für mich gesellschaftlicher Fortschritt. Und dabei geht es nicht darum zu sagen, Pippi Langstrumpf ist jetzt raus, das kann man nicht mehr lesen. Sondern geht es darum, wie können wir heute diesen Stoff zugänglich machen und gleichzeitig uns unserer historischen Kontinuitäten bewusst werden. Wir haben das ein bisschen bezeichnet als Rassismus entlernen, als ganze Gesellschaft. Als letzten Gegenstand habe ich hier einen Sprachführer, wie Sie mögen. Sie können es auch anhalten als Solidarität mit der SPD. Sprachführer Schwäbisch, Heiligsblechle. Sie kommen aus der Region, mit der man Schwäbisch spricht und haben mal gesagt, Sie hätten versucht, diesen Dialekt doch loszuwerden, sich abzugewöhnen, seien daran aber gescheitert. Mal ganz kurz, die besten Schwaben-Klischees. Welche stimmen eigentlich? Schwaben spießig? Geizig? Spießig, wenn es um die Care-Woche geht, auf jeden Fall ja. Geizig würde ich nicht sagen, sparsam, aber durchaus auch mit dem Blick für Investitionen und die Zukunft. Fleißig? Ordentlich? Fleißig, ja. Ordentlich würde ich jetzt für mich selbst lügen. Sorgfältig? Im Durchschnitt ja. Sie sind nicht ordentlich? Ich bin überhaupt nicht ordentlich. Woran zeigt sich das? In meinem Zimmer, das man hier zum Glück nicht sehen kann. Okay, können wir leider nicht sehen. Wir reden über das Schwäbische. Ich muss zugeben, ich bin also mein Schwäbisch heiliges Bläschle. Du hießt Rheinisch, oder? Ich habe es noch, was? Rheinisch ist bei Ihnen. Rheinisch könnte ich besser, genau. Aber Sie können gerne mal einen kleinen Test machen, Ihre Lieblings schwäbischen Formulierungen und ich schaue da mal, ob ich da was anträtschen kann. Ich muss dazu sagen, dass tatsächlich, wenn ich außerhalb von Schwaben unterwegs bin, sagen immer alle zu mir, du redest total Schwäbisch, Ricarda. Wenn ich in Schwaben unterwegs bin oder bei meiner Familie, sagen die immer, du redest gar kein Schwäbisch. Das heißt, wahrscheinlich werden alle Schwaben danach... Für den Test schwäbeln Sie bitte mal so richtig los. Der Lombus-Säckel, mir brissiert es und der schnellt mit mir zu seinem Karre. Das war? Das war Schwäbisch. Nochmal bitte. Der Lombus-Säckel... Der Lombus-Säckel? ...mir brissiert es und der stellt... Ah, stellt es, habe ich verstanden. Stellt Mitsu mit seinem Karre. Also irgendein Lombus-Säckel, wer immer das ist, der pressiert mich, der setzt mich unter Druck und parkt mein Auto zu. Ja. Ja? Aber Lombus-Säckel kenne ich nicht. Mist, Kerl, ich habe es eilig und der parkt mich zu. Okay. Okay. Was muss ich da? Die Schnorke mache mich greiznagget. Die Schnorke mache mich greiznagget. Das ist eine schöne Mischung. Also, ich könnte es hier leiten, Schnaken gibt es auch im Rheinischen. Das sind Mücken. Die Mücken machen mich schier verrückt. Halb verrückt. Halb verrückt. Okay. Nächste. Das gefällt mir langsam. Ich fand es ja immer den schlimmsten Dialekt, ehrlich gesagt, in Deutschland. Aber mit Ihnen Schwäbischlehrern macht doch Spaß auch. Vielleicht soll ich noch umsatze, noch Schwäbischlehrerin. Ach so? Sodele, Herr Feldenkirchen, ganget man dann jetzt zusammen auf ein Bierle und wie ist das? Das war leicht. Das war einfach, oder? Schauen Sie, Herr Feldenkirchen, gehen wir jetzt zusammen ein Bier trinken? Wie ist das so? Wie wäre das so? Genau. Ja, für mich in Ordnung. Aber wir wollen auch noch ein bisschen reden. Vielen Dank für den kleinen Schwäbisch-Test. Ich werde den Sprachführer dann mal mitnehmen und bei meinem nächsten Aufenthalt in der Region dann brillieren. Ich möchte mit Ihnen über den Hass, den vor allem Sie erfahren aus sozialen Netzwerken, zum Beispiel neulich nach Ihrem Auftritt in der Sendung Hart aber fair bei Frank Plasberg. Das war wieder so eine Eruption des Hasses oder der bösen Sprüche über Sie. Wir haben da mal einen Tweet zum Beispiel vorbereitet. Viele dieser Meinungsäußerungen richten sich in abschätziger Weise über ihren Körper. Und dieser Tweet, den wir hier haben, von irgendeiner Königin der BRD, Riccardo, schon mal falsch geschrieben, Riccarda Lang, nahe bei den Burgerinnen, eine Anspieler auf hier einen dicken Burger. Man muss sagen, das ist fast noch einer der harmloseren Kommentare. Treffen Sie solche Bemerkungen oder sind Sie noch oder sind Sie da mittlerweile voll dran gewöhnt? Ich bin es in der Weise gewöhnt, dass es mich nicht mehr überrascht. Also es ist nicht, dass ich dann mein Handy aufmache und mir denke, oh, wie konnte das passieren? In dem Fall jetzt nach Hart aber fair war es nochmal ein neues Level und Qualität. Sie kriegen das schon auch mit alles? Twitter mittlerweile sehr gut filtert, nicht immer direkt. Zum Beispiel nach dem Hart aber fair Auftritt habe ich es plötzlich mitbekommen, dass ich lauter Solidaritäts-Tweets bekommen habe. Und dann war ich immer so, Solidarität mit Riccarda Lang und ich war so, was geht denn hier ab? Und bin dann mal auf den Hashtag gekommen. Aber klar, irgendwann bekommt man es immer mit. Ich versuche wenig selbst zu lesen. Ich finde das gar keine ganz einfache Frage, weil man gewöhnt sich dran und man härtet auch ab auf eine Art und Weise. Und auf der anderen Seite will ich das gar nicht unbedingt. Dieses sich ein dickes Fell zulegen, sich eine dicke Haut wachsen lassen. Ich will ja auch in der Politik Mensch bleiben und eigentlich will ich mich daran nicht als Normalität, als Normalität daran gewöhnen. Das war so ein Solidaritäts-Post von Paul Ziemiak, CDU-Generalsekretär. Waren Sie da überrascht? Ja, tatsächlich positiv überrascht. Ich glaube, dass wir genau das brauchen. Weil wir sehen ja, dass diese Angriffe, die insbesondere Frauen nicht nur, aber Frauen in ganz besonderem Maße erleben, die haben eine Auswirkung. Und zwar, dass sich bestimmte Menschen aus der politischen Debatte zurückziehen. Das war in meinem Fall nicht der Fall, auch weil ich viel unterstützt hatte. Wir haben da übrigens eine Statistik, die belegt, dass es insbesondere Frauen in der Politik zum Beispiel trifft. Genau. Und dadurch werden Menschen mundtot gemacht, werden Menschen verdrängt. Und das ist nicht nur für die einzelnen Betroffenen ein Problem, sondern das ist ein Problem für unsere Demokratie. Wenn eben Menschen nicht mehr an der Demokratie teilhaben können. Ich erlebe das ganz konkret, wenn ich jetzt gerade unterwegs bin. Ab Donnerstag bin ich auf Deutschland-Tour. Da kommen junge Frauen auf mich zu bei Wahlkampfveranstaltungen und sagen, ich überlege, ob ich das erste Mal für ein Kommunalparlament kandidiere. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das antun will. Ich weiß nicht, davor habe ich Angst. Und ich glaube, was wir dagegen brauchen, ist eine parteiübergreifende Solidarität. Gerne harten Auseinandersetzungen. Gerne hart streiten. Ich bar da auch nicht irgendwie an harten Worten, wenn es um die Verantwortungsvereigerung der CDU beim Klimaschutz geht. Aber wenn Rechte und Rechtsextreme versuchen, den demokratischen Diskurs zu zerstören, dann stehen wir zusammen. Das ist, glaube ich, genau richtig so. Wir haben hier die Grafik mal vorbereitet. Die zeigt also Angriffe auf weibliche Abgeordnete des Bundestags. 69 Prozent. Eine sehr, sehr hohe Quote. Was kann man aus Ihrer Sicht dagegen tun? Ich glaube, wir brauchen drei Dinge. Das Erste ist tatsächlich, dass wir als Politikerin uns alle in der Verantwortung sind, da gemeinsam solidarisch zu sein. Also in dem Moment, wo Demokraten angegriffen werden von Antidemokraten, stehen wir zusammen. Auch da, wo es ein Politcharter Auseinandersetzung gibt. Zweitens haben wir tatsächlich ein Rechtsdurchsetzungsproblem in Deutschland. Wir haben Strafgesetze, die das sozusagen, das, was wir gerade eben gesehen haben, wäre, glaube ich, noch ein bisschen straffig. Das würde ich aber auch nicht als Straftat bezeichnen, sondern das ist eine blöde Äußerung. Aber gerade wenn es um Mordverdrohungen, Vergewaltigungsdrohungen, Beleidigungen geht, haben wir den Straftatbestand. Viele werden aber nicht verfolgt. Das heißt, wir brauchen eine flächendeckende Schulung von Polizei, Richterinnen, Staatsanwaltschaften, damit sowas erkannt und besser verfolgt wird. Und drittens haben wir eine starke Zivilgesellschaft. Zum Beispiel werde ich von HateAid unterstützt, die sich genau in dem Bereich aktiv machen. Die haben eine relativ schlechte Finanzierung. Das heißt, wir brauchen ein Demokratiefördergesetz. Wann haben Sie das eigentlich das erste Mal gemerkt als politisch engagierter Mensch? Da gibt es ganz viel Häme und auch Hass, der sich allerdings gar nicht unbedingt gegen das richtet, was ich sage, sondern gegen mein Äußeres, meinen Körper. Das war 2017, als ich zur Bundessprecherin der Grünen Jugend gewählt wurde. Ich wurde mitten in den Jamaikas-Rundierungen gewählt. Das heißt, wir hatten eine relativ große Aufmerksamkeit auf die grüne Jugend und waren damals auch als grüne Jugend, glaube ich, der lauteste Teil, der sich sehr klar kritisch zu Jamaika positioniert hat, innerhalb der Grünen. Das heißt, es gab ziemlich viel Medienaufmerksamkeit innerhalb der ersten Wochen. Und ich habe damit gerechnet, dass es da Gegenwind geben wird. Ich glaube, weil das ja auch dazugehört in der Demokratie und weil die grüne Jugend auch nicht bekannt dafür ist, nur Positionen zu haben, die eh schon jeder geil findet. Ich habe aber damit gerechnet, dass es inhaltlicher Gegenwind ist. Und für mich war das total krass, als ich gemerkt habe, egal wozu ich mich äußere, Gigawattzahl an Kohleausstieg, Abschaffung Soli, ja oder nein, Kooperationsverboten der Bildung, ja oder nein, immer Kommentare zu meinen Äußeren. Und Sie haben mal gesagt, dass besonders schlimm die Kommentare dann ausfallen, wenn es um Migrationspolitik geht. Was bekommen Sie da zu hören? Naja, da hat man natürlich immer wieder dieses Bild von, du willst ja nur, dass die kommen, weil dich hier keiner will. Das heißt, hier verbinden sich Sexismus und Rassismus, ein stereotypisches Bild von migrantischen Männern mit einem stereotypischen Bild von Frauen, zusammen zu einem Konglomerat von Hassen. Das sind natürlich Triggerpoints, weil der Hass ganz klar aus der rechten und rechtsextremen Ecke kommt. Also das ist bei mir, das sehe ich selbst, dazu gibt es auch die Studien. Und da ist natürlich dieses Thema, eine selbstbewusste, junge, grüne Frau, die sich dann noch für die Rechte von Geflüchteten, für ein modernes Einwanderungsrecht einsetzt, ist da ein Triggerpoint. Und ich glaube, es macht Ihnen vor allem Angst. Angst vor Veränderung, dass diese Menschen Angst davor haben, welchen Wandel Menschen mich auch voranbringen können. Macht das auch Ihnen Angst? Klar. Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein, ich stehe da immer komplett drüber. Wir hatten einen Fall, wo tatsächlich mal meine Klingelschild durchgeschritten wurde. Das war vor kurzem erst, habe ich gelesen. Genau, vor ein paar Monaten. Das war natürlich so ein Momentum, wo das rüberschwappt ins reale Leben. Ich glaube, das war, dass diese Trennung von real und digital eben wenig Sinn macht. Da ist jemand, der verfolgt mich, der weiß, wo ich wohne. Genau. Hat das auch mal dazu geführt, dass Sie sagen, ich weiß gar nicht, ob ich mich wirklich so öffentlich exponieren will? Nein, weil ich mich sehr bewusst damit auseinandergesetzt habe. Ich habe ganz am Anfang, habe ich das immer versucht, von mir wegzudrängen. Ich wollte mich damit gar nicht beschäftigen. Und so ein bisschen war meine Erklärung immer, don't feed the troll, also fütter nicht die Drolle. Ich wollte mir aber auch keine eigene Schwäche eingestehen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich eine Schere im Kopf habe. Dass ich selbst diese Momente habe, wo ich davor überlege, kann ich das so sagen, will ich das so sagen. Und ein bisschen mehr Selbstreflexion würde bestimmt allen Politikerin mir eingeschlossen guttun. Aber es war keine Selbstreflexion, sondern es war wirklich eine Schere im Kopf. Habe ich gerade die Zeit, habe ich die Kraft, mich dem auszusetzen. Und dann habe ich gemerkt, genau das ist das, was die wollen. Das Ziel, Frauen mundtot zu machen. Und seit ich mir das so bewusst habe, seit ich verstanden habe, was steckt da dahinter, denke ich mir eigentlich jetzt erst recht. Seitdem ist es für mich eher ein Ansporn noch viel, viel entschiedener für eine gleichberechtigte Gesellschaft, in der alle Menschen ohne Angst Politik machen können. Sie haben unterschiedliche Mechanismen entwickelt im Umgang mit diesem Body-Shaming-Phänomen. Zum Beispiel haben Sie selbst mal ein Foto getwittert, wo Sie schon als Baby mit dem Kommentar schon als Baby habe ich gerne Pizza gegessen. Das klingt dann alles so leicht und spielerisch und auch selbstironisch. Hat das lange gedauert, bis Sie so offen damit umgehen konnten? Ja, ich glaube, lange ist wahrscheinlich relativ... Hier sehen wir das Foto, glaube ich. Jetzt, wo ich da hinschaue, glaube ich, das ist Pizza, war so eine Brezel. Das ist jetzt der nächste Fake-Scanal. Nein, ich glaube, lange ist natürlich relativ. So lange bin ich jetzt natürlich auch nicht im Geschäft. Aber klar, das hat eine Zeit gedauert. Ich glaube, gerade weil dieses Schwäche eingestehen. Weil man denkt sich ja im Moment, ganz viele von den Kommentaren, die man kommt, dann auch eher lächerlich. Also man schreibt einem der Senf-Dazugeber, 1, 2, 3, der eine Bautzen-Senf-Büchse als Profilbild hat. Du bist total hässlich und unattraktiv. Da denkt man sich, Ricarda, du bist doch zu klug und zu stark, als dass du dich von so einem Unsinn aus der Bahn würfen lässt. Von der Simpfdose. Von der Simpfdose, genau. Von der mentalen Simpfdose. Und das sind aber natürlich trotzdem, macht es was mit einem? Ich glaube, mir das einzugestehen. Und das ist natürlich auch in der Politik, ich finde es immer ganz faszinierend, weil ich glaube, man hat das Gefühl, auf der einen Seite gibt es gesellschaftlich total den Wunsch zu sagen, Politikerinnen sollen nicht alle gleich klingen. Die sollen nicht alle die gleichen Phrasen sagen und die sollen menschlich sein. Nein, die sollen Schwächen haben, die sollen Fehler zeigen. Und gleichzeitig sind wir unglaublich hart, wenn Menschen Schwächen zeigen und unglaublich unverzeihen. Und das war für mich natürlich auch eine Frage, kann ich so eine Schwäche darüber offen sprechen? Und ich habe mich aber entschieden, es zu machen. Ich glaube, das war der richtige Weg. Seitdem geht es Ihnen besser damit? Ja, auf jeden Fall. Zum Abschluss habe ich für Sie eine kleine kulinarische Delikatesse. Es sieht nicht so aus, aber es sind die berühmten sauren Drops. Die sind sehr, sehr sauer. Wir machen das wie folgt. Ich beginne einen Satz, den Sie möglichst sinnvoll vervollständigen sollten. Wenn Ihnen aber das Thema, was durchaus sein kann, sehr unangenehm ist, können Sie einfach passen, müssen aber zu einem solchen sauren Drop greifen. Und dann gehen wir einfach zum nächsten Thema über. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Meine Abiturnote von 1,1 hat mir rückblickend ... Nicht, keine große Bedeutung. Greifen Sie gerne zu. Nein, 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 muss ich gar nicht. Keine große Bedeutung in meinem Leben. Keine Bedeutung. Gut. Dass der nächste Koalitionsvertrag komplett in Gendersprache verfasst sein wird? Fände ich sinnvoll, um die ganze Bevölkerung darzustellen. Dass Christian Lindner jetzt so furchtbar dringend Finanzminister werden will? Beschäftigt vor allem Christian Lindner. Die Frage, wie wir Finanzpolitik machen, die beschäftigt uns als Grüne für Klimaschutz und für alle in der Gesellschaft, nicht nur für Wohlhabende. Wenn ich mich zwischen einer schwarz-grünen Koalition im Bund oder grün-rot-rot entscheiden dürfte? Grün-rot-rot, aber mit einer guten Außenpolitik. Ja, das erklären Sie dann den Linken einfach noch und dann läuft die Sache. An Germany's Next Topmodel gefällt mir am besten, Wenig. Kann ich nicht damit anfangen. Als PR-Berater von Armin Laschet würde ich dafür sorgen, dass er endlich mal eine konkrete Aussage macht bei Klimaschutz, Zukunftsinvestitionen, sozialer Gerechtigkeit. Nur eine Aussage? Die fehlen ja bisher auch. Das ist ja der Anfang und davon gibt es bisher keine. Was sich dringend am Abtreibungsrecht in Deutschland ändern müsste? Dass Frauen selbst über ihren Körper bestimmen und dass wir eine gute Versorgungslage, eine gute gesundheitliche Versorgungslage in der Fläche, gerade im ländlichen Raum hinbekommen. Abschaffung von Paragraf 218? Ich bin dafür, dass wir es außerhalb vom Strafgesetzbuch regeln, weil die Regelung im Strafgesetzbuch gerade dazu führt, dass es nicht an den Unis unterrichtet wird, dass Ärzte wegen den 219er Angst haben, angezeigt zu werden. Deshalb hätte ich mir vorstellen können, eine Fristenlösung an einer anderen Stelle zu regeln. Letzter Satz. Vielen Dank für das Gespräch. Auf die sauren Drops haben Sie verzichtet. Sie sind klug. Das hat allein dieser Umstand gezeigt. Ich wünsche Ihnen einen möglichst hassfreien Wahlkampf. Das sollte man unbedingt wünschen. Danke für Ihren Besuch. Danke für Ihr Interesse, Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind nächste Woche mit dem Spitzengespräch wieder für Sie da. Bleiben Sie heiter, so gut es geht. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020